Hallo und herzlich willkommen hier bei ETT Wir sind hier auf der Gefängnis-Map mit Echse und Echse bleibt da jetzt drin Wann ne wo bist du? Da aber Nico Nein, wo bist du? Hallo Karl, Nico So, den Ja, der bleibt drin Warte, 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 warte Oh, sorry Echse bricht aus Holt ihn euch Nein Lass mich rein, lass mich rein Ich kümmere mich um den, der wird nie wieder abhauen Verspricht dir Wo? Also er ist Echse Ja, Echse ist es Da hinten Ist ja wunderbar Echse ist auf der Flucht Gumm, wir sind Gumm, wir sind geschlagen Oh, verdammt Ich erschien rein von den beiden Komm hier runter, komm hier runter Oh, Gumm hat mich sogar getroffen, nein Nein, bitte, wo ist der? Ja? Das ist schwieriger als Aussie Du dürftest doch relativ viele Punkte haben, Johanny Nein Nicht? Hab ihn Hä? Oh fuck Oh fuck Einschlag und ich bin tot, bitte hör auf Niemals Hä, warte mal, ich dachte, Gumm und Echse sind das Nee, wir schlagen uns Ja, ich hab ihn Achso, kann er ja nicht sein Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Oh shit Nein, 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 bitte töte mich nicht Stimmt, Wann war es ja noch am Leben? Ach, Andy ist es Warte, du kannst die Goldene gerne machen, aber das bringt dir nichts So, stimmt Nein, jetzt wieder Sorry Hallo, ich hab nen Traitor umgeliedert, Junge Ich hab nen Traitor umgeliedert, Junge Ich hab nen Traitor umgeliedert, Junge Wie? Aber du bist Traitor Oh Alles klar Ich hätt' ja zuerst gesagt, wann war es es und Johanny ist so dumm und bringt ihn nicht um, aber da lag ich mal Ja Hey Johanny, warte das nächste Mal bis ich den Fox-Gramm da, okay? Ja, sorry Aber wie ist, wie ist Snail gestorben? Doch mich Keine Ahnung, auf jeden Fall hab ich mich wiederbelebt Ich hab ihn umgenähtet Ey, die Folge nehmen wir schon auf, ey Ist Nico eigentlich mittlerweile wieder in Tails verschauen? Ne, ne, ne Nico ist auf jeden Fall wieder auf uns, aber Der war grad nämlich Traitor und war abhagen ruhig Das ist zu meinem Kill Den darf nur ich killen Vielleicht könnten wir ihn auch schlagen und ich gucke in der Konsole nach, ob er ist Nein, das ist der Roll Okay Zeich, Konsole Cheetah 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 Ich hab eh minus 1 Punkte Stepp noch ein Dorn Stepp noch ein Dorn Nein Alter What the fuck geht ab, wann war das war nicht hier? Ja, das war tatsächlich nicht Wir waren anders Gravis, jetzt haben wir wirklich mit dem Donut Hast du mir einen Schadenspunkt gemacht Oh, mit irgendeinen Hahahaha Mit dem Donut Wow Wow, Double Barrel Ist Andi jetzt tot? Okay Andi ist tot, oder? Nee, Drama Andi hat Drama, what? Wo ist Andi? Warte, ist hier passiert Andi war grad noch hier Da ist Double Barrel Mit einer Double Barrel ist es Andi Nein, ich bin nicht mehr raus Wo denn? Warte Yo Andi Alter Ich weiß nicht woher das Ding eingeschlagen ist Alter, ich will, du schläfst du noch? Ja Ich trau mich nicht zu bewegen Alter, Schwede, es ist der Knie in dir Geh da weg Stay up, stay Ey, stay stay Alter, was ist denn hier falsch gelaufen? Nein Alter, wie viel damage du mir rein? Außer zu die Double Barrels, ne? Ja 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 Ich hab jetzt die ersten beiden Runden überlebt auf der Karte Warte, was bist du? Nico ist wieder rein Kommt Nico kommt wieder rein? Ja, 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 ich denke mal Also noch im TS nicht Nein Aber er kommt Ja, er kommt Ja, er kommt Das wissen wir Er kommt Ja, scheiße Ja, ja, also Ich, ne He's coming home He's coming home Betriebsfeier Betriebsurlaub Im Klass Alle dürfen raus Alle dürfen sich bücken Ja Joani, komm Echse Geh weg Lass mich einfach hier raus Ist das so schwer Ist das so schwer? Ja Ist das so schwer? Ja Nico Der Boss ist weg Komm mal Geh mir die Shotgun Schmeiße Habe ich da zum passenden Schmeiß die Shotgun hin, Joani Nein Weiß hin Warum? Warum? Ey Ey Ich hab einmal getötet Ich bin für mich am wunderschönen Abend geblieben Hier ist irgendwie Snail tot Du hast einen Detektor gekriegt Ich hab Drumeur getötet Hi Hier Hier Was denn? Habe ich getötet mit Striker Hallo Oh, ich habe gleich seine Double Burry geklaut Hier ist Snail Stai Alter Habe ich schon getötet Weg Grimus, Grimus Fuck Alter Was für da geht ich ab? Junge diese Scheiß Ne Ruben Wir wissen das Hackelis Wo ist der? Hallo? Wo? Alter Ja Auf der Tür war noch nichts Der Andi hat mich einfach nur aus Versehen weggemacht Ich bin einfach aus Versehen weggemacht Ich bin einfach aus Versehen weggemacht Ich bin einfach aus Versehen weggemacht Ja, ist echt so Du hast schon eigentlich gestanden Du hast eigentlich gestanden Alter, bei mir leckt's grad Ich bin da rumgelaufen und habe einfach geblieben Ja, du hast... Goom hat... Bei manchen steigen die Pinks gerade wieder Ja Aber nicht bei allen Ja doch, eigentlich schon Echt? Bei fast... Ja Ja, aber bei manchen sind sie relativ akzeptabel Ja, jetzt geht's dir Ja, 165 ist ja in Ordnung, ne? Na gut, das haben... Zum 1 und 14 Du machst ja auch gerade die Negativbeispiele Ich bin das gar nicht, Johanny Bei mir geht's gar nicht Ja, ja, meine ich ja bei dir ging's Also ich hab 3 6 und 3 5 und 3 5 und 3 Bei Grad war fast bei allen Ich bin hoch Ich dachte, bei mir war so die Hälfte haben wir wahrscheinlich Ja Scheiße Wann war's Detective? Was geht mal ab? Geht's nicht Geht's nicht Wir haben so gut wie verloren Ah, nee Ah... Oh Gott, der Detective Nein Äh, warte mal alles, ne? Was hattest du gerade in der Hand? Alter, Johanny, was ist mit dir los? Ah, wie genau Wisst ihr was? Wir lassen alle mal sch... Johanny, okay, wo? Johanny, okay, wo? Oh, Fanship auch Mein Gott, auch auf der Map hier Hol' den Fanship raus Hol' den Fanship raus Hol' den Fanship raus Mach die Wieso hutst du immer... So, ich hab Johanny weggemacht Oh, ich hab Johanny weggemacht Ah, gut Hier, wow, aufpassen Snail läuft in Friendship rein, wow Snail, du bist auch schlau Ey, so redet man nicht mit deinem Kameraden Genau Die Kameraden Warte mal, Grievous und Goom leben noch Ja, ich bin hinter dir Ja, einer von... Woah! Black, wow Tschüss! Ach, wow Der ist ein Traitor-Raum, wieso weiß ich nix davon? Ich solltest du mal was suchen müssen Hey, weil du noch gut Aber auch keinen Schaden gemacht hast, gell? Ja, haha Der Traitor-Raum ist ziemlich cool, den hab ich grad entdeckt Also, der Traitor-Raum ist nur durchgang Das nur durchgang Also, theoretisch ist das schon ein Raum Weil dann keine... Ja, und da kommst du rein nochmal aber nur so die Verteidigung von Snake. Ich glaube er konnte den Friendship nicht sehen oder? Ne. Da hat man das nicht gesehen aber man hat doch gleich noch gesehen. Ja aber du weißt ja nicht wo der A. Du hast ja eingetroffen. Immer mit dem Friendship geschossen und dann musst du aufsuchen. Ja also ich finde ich mache mich dafür mit Friendship. Du schießt ja jede Traderhunde ein. Irgendwann muss das ja auch einer töten. Ich glaube irgendwann können wir das so machen so wie ich. Erste Runde ist Friendship Johanna. Hallo Andi. Ja wenn du in der ersten Runde fliehst du kannst du extra um das Johanna zu leiten. Hier weg. Das ist natürlich eine gute Idee. Ja? Du 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 du. Hä das ist tatsächlich nur ein Traderraum. Auf irgendeinen Schießen der dir gefällt. Wenn du weißt dass das nur ein Traderraum ist ne. Andi. Ich weiß nicht die Welt. Ich weiß nicht die Welt. Ich weiß nicht die Welt. Ja also. Okay Wanma ist Proven. Ja ne. Wanma ist Proven. Okay. Das gibts nicht. Doch. Ne. Johanni du kommst mal bitte hier hoch. Weißt du wie du dich gerade bewegt hast. Bin da. Und nimmst die Golden Diegel. Ja ne auf wen. Und schieß auf irgendjemanden außer auf Mr. Wanma. Und nicht auf Drumheuer. Ja vielleicht relativ. Kann man direkt durch jemanden wiederbeleben. Ah ne. Hallo. Kommt. Wolle leicht. Äh. Exel. Exel und Grievous. Exel und Grievous. Nein Exel ist es. Ja gut Exel. Ah da. Ah ich hab das nicht. Ich hoffe mal. Ja. Der ist weg. Ich bleib einfach stehen. Ich bleibe einfach stehen. Exel du Sau. Ich weiß nicht wo das Ding hin ist. Direkt. Direkt neben dir. Okay okay okay. Jetzt ist es weg. Puh. Alter. Du kannst ja mal in die Leiche gucken. Vielleicht hat der ja noch was. Ja. Hat er ja. Dann kannst du ja jemanden wiederbeleben. Oh. Da ist Grievous. Beleb nicht wieder. Hast du ne Granate? Nein. Okay ich geh rein. Ich hab dich übrig gehalten. Fuck. Nice. Ach man. Der Friendly war echt heiß. Alter der hat aber so nen Jatschlag gegeben. So wo ihr mich umgebracht habt hab ich mich ganz schnell aus der Tasche gepackt und abgedrückt. Es sah zuerst aus es hätte nichts mehr gebracht. Und dann läuft Johanni mitten rein. Exel ist nicht schön. Ne ne. Das ist richtig Exel ist wirklich nicht schön aber. Ich hab mich voll überrascht dass er dann plötzlich los ging. Weil es sah so aus als hätte er ja. Ich finde das schon ein bisschen süß von euch dass ihr wirklich bei Exel nur noch Äußerlichkeiten geht. Ja. Finde ich auch. Hm. Hm. Das war ne schöne Lose. Ja. Du blöd dass Grievous da meinen Namen gerufen hat. Ja. Hilf dir nicht. Du hast uns hochgeschossen. Ja aber warum hat Wer nicht alle Planeten alles. Guck mal mit dem Rückblick zu tun. Guck mal da hast du meinen Namen aufgesucht. Ja weil kein Traitor Kollege oder kein Traitor mit zwei Innos schießt. Ich werde sterben. Das hat keinen Sinn. Wenn sie raus sterben wollen ja. Das hat mich sehr überrascht dass du Exel gerufen hast aber ich habe es trotzdem gelaufen. Okay jemand ist gestorben. Ich lag im Bett. Das kann Snail bestätigen. Ja. 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 Jetzt endlich den Durchgang dann. Hallo Exer. Wie du siehst ich war schon meine Hände in Unschuld. John, Johnny maatest du die genau die Waffe , die du in der Hand hattest hab ich gehört. H searches raus. Und die Spiel hat sich aufgehauen. Oooooooo Du es die SG in der Hand und die Waffe ich hab gehört dass es gepolpt dass ich gehört hab eigentliches Gucksts sicher macht du Ja auch . Aber wir können jetzt keine Verbrechensschuldig machen. Von wer ist jetzt ein Detel jetzt? Herr, bitte. er ist ein Verbrecher er hätte er gehört an die hälfte alle verbrechend schuldig Dete ist tot in der Auge nein das ist nicht so wenn du bleibst aber nächstes aufhören oh johann ist tot alle ist 8 was soll netto raumann der das war keine Ich hab genau die Waffe gehört, die SG, die du in der Hand hattest, und deswegen muss ich es nicht sein. War aber die auch. Ne, er hat mit der SG jemals, also der SG hat die auch geschossen. Das war die SG, ja. Exe ist zu klug für mich. Na, also dann bist du echt scheiße. Ja, ich merk's. Ich hab gehört, wie mit der SG geschossen wurde, und da war Grievous confirmed. Wann tust du logisch Schlussfolgerung ziehen? Das kennen wir gar nicht von dir. Wo ist der echte Exe? Du Alien? Ist der auch. Lass den Japaner wieder im Keller. Was ist das denn für ein Geräusch? Wir haben nichts gequiescht, Alter. Wow. Der Japaner, der für Exe spielt. Ich bin aber kein Japaner. Ja, du nicht. Hokkaido. Hokkaido. Exe. Alter. 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 Hallo Goom. Was ist Wanwa? Warum rufst du Alter, Alter, Alter? Ich musste lachen gerade. BÄM. Was bin ich? Was? BÄM. 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 Ups. Ne Trümmer. Was hat das denn jetzt für ein Abschuss anruf? Hallo Wanwa? Ach, Andi. Ja, Andi. Andi wird's... Wir haben Scheiße gebaut. Wir haben Scheiße gebaut miteinander. Ich bin Dete. Cool. Mit wem hast du Scheiße gebaut? Ich weiß nicht. Vielleicht mit irgendeinem Toilettenhersteller. Ne, das war... Wer war mal bei uns? Andi? Ja, ja. Andi ist hier. Ja, beantworte dich für deine Taten. Ja, wir haben Scheiße gebaut und hin und her geschossen. Und dann lassen wir reingerannt. Außer sehen. Ich hab nur noch... Alter. Ich bin hier. Ich möchte, dass ich mich bei ihm entschulde. Hast du eine Chance nehmen? Ja, hab ich aber... So. Ist keiner gestorben. Okay. Äh, da ist gerade jemand umgeleadet worden. Für jetzt kriegst du zweite Chance. Von? Snell? Ne, warte mal. Ich kann es dir sagen. Da ist er! Fuck! Mach ihn weg. Mach ihn einfach weg. Mit. Echse. Wen? Was? Ich check's jetzt grad gar nicht. Ah! Wann war? Da schießt jemand. Wann war? Wann war hat jemand nicht angebracht? Aber ich hab niemanden getötet. Woh! Wann war! Wann war! Wann war! Du bist ehrlich? Oh mein Gott. Wo! 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 Wann war! Wann war! Der War! Wann war! Da ist er! Oh nein! War mich shoppen! was ging gut oh Greeders da Greeders pass auf da haste Echse pass auf ja Echse fuck Echse du bist Echse du bist Echse du bist er hat es einfach nice oder? das ist nie ach die Harpune bei Andy ist auch ein Donner ist zu mir geflogen oh mein Gott du bist der Wanbar was solltet ich wollte dir ein Döner anbieten Döner? Döner ja mein ich ja Döner wär ja auch schlecht für die Linie gewesen Echse warum hast du eigentlich Wanbar verraten? ne 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 ja weil Drummer direkt neben mir stand deswegen als geschossen wurde ich wollte dich ich hab nicht die Fakeleiche im Shop gesucht das haben ja alle schon vorher Wanbar gerufen deswegen Echse warum hast du das? Echse das hab ich gar nicht bekommen ich hab ja ne Fakeleiche gesucht und dann wollte ich das ne? Echse warum hast du nicht ich wollte nämlich Stoi du tötet gegen Greeders hab ich eh keine Chance Echse Echse ich bin aber leider weggegangen ja ich hab ja die Fakeleiche zu spät äh gefunden naaa Jorni die hab ich zuerst gehabt das hast du grad nicht getan das hast du grad nicht getan beziehungsweise ich war zuerst da das hast du grad nicht getan das hast du grad nicht getan wer zuerst fahrt war zuerst was machst du jetzt? das hast du grad nicht getan oh 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 jetzt wären aber hier die oh Pache sorry sorry ach du scheiße das ist das ist genau so wie dieser Spruch wer kein iPhone hat Frenzhip 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 Alter der Frenzhip hiecht hier so direkt okay Jorni war's sicher wirklich nicht der ist bei mir und bei mir ist kein da ist kein Frenzhip in der Nähe hat er jemanden getroffen? der war's definitiv nicht er ist jemand gestorben Jorni neben dir ok der Frenzhip das kam von da Kahl war das Kahl war das Kahl war das Kahl war das Alter hier nee Jorni war das Jorni war das Jorni war das Alter was ist das denn hier Warte wer war das denn dann? Konfirm Das sind so viele Konfirm oder Ja Warte ich werde angeschossen Mann hilf mir hinter dir hinter dir hinter dir Das ist extra Du musst doch sein du konfirmst nicht lol Alter die Shotgun hat einfach die Shotoff ist einfach scheiße geworden Der die schießt nicht mehr Ja Ja den cool da und das ist was würde Ja und der Schaden ist einfach mal mega schlecht geworden Ja das war gerade eigentlich ganz gut aber Ja der cool da ist echt schlecht Ja Hanni noch nicht wir haben noch ein paar Minuten Ja An Wie so ein kleines Kind An An Die Map ist doch gut an sich Nein Ne Hanni war so an sich Nein Du kommst doch nicht raus Also Hanni bist doch wirklich schlecht Die Türstehe Also spielerisch ist die wirklich ganz gut Okay Hanni wenn das so ist So Hanni fühlt sich zu sehr an zuhause erinnert damit Das war so schön was was jeder macht Das war so schön was was jeder macht Weißt du die haben und hat noch nicht begonnen hier ist Blut Schrecklich ne Ne mach keinen Scheiß Das ist schön Damit wir mal ein Gesprächsthema haben Wer kann euch kein Blut sehen Naja Ich bin nur mal Guck dir auch dran was die zwei süßige Kater Ich glaub jeder von uns kann hier Blut sehen Guck Das war Green Das war Green Ja gut Wenn du deine Tagesblutung siehst Dann ist das natürlich Ja Schieß mal Die will ich hamste Die will ich hamste Johanni Oh weg 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 Oh What the fuck Wie bin ich jetzt gestorben Durch den Friendship Muss ja ne Och Johanni Die ist doch kein Och man Johanni hat seinen eigenen Kollegen getötet Find ich gut Oh Johanni Guck mal ob der Kollege hinter dir ist Pfff Exe sollte was sein aus der Absicht Als Rache Oh man Ja genau Du rechst dich an deinen eigenen Kollegen Ja Obwohl ich ja nix getan hab Ich nix Schlimmes Nee Du bist Exe Du Das rechst du Ja Ja Ach man Das ist genug Du kommst hier nicht raus Andi Was Kommst hier nicht raus Kommst hier nicht raus Kommst hier nicht raus Ich hau dich auf die Fresse Ich schübs nicht Ich finde diese Leute die ihr W-Lan Immer so mit du kommst hier nicht rein Benennen Oh nein Unlustig Oh warte das ist Du kommst hier nicht raus Du kommst hier nicht raus Dein Humor Nee das ist so schlechter Humor ist das Verstehste So Hast du das echt überlebt? Warte es gibt ja wohl nicht Ich muss ganz kurz mal gucken was Navoka mir geschrieben hat Wow Oh 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 Warte Oh So sie hat nur gesagt dass wir heute nicht mehr kommen Hey hallo Was ist ein Wunder Ja muss ich mal ein bisschen mit der Hand nachher Kannst du mir vielleicht mal ein bisschen was geben Geht grad nicht mehr tut so leid Alter Wer hat den Johanny so runter gemacht? Sobald wir ihn haben Sobald wir ihn haben Sobald wir ihn haben Andy war das Wer hat Johanny so runter gemacht? Gehts jetzt hier schon ans Mobbing? Ja Das finde ich echt ungefähr Oha Oha Scheiße Geh weg Wo ist ne Wo ist ne Hä Echse, Echse 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 war das Echse war das Er geht in den Traitor raum Die hat sich einfach nicht geöffnet, nur die eine Seite. Jetzt ist die Leiche im Traitorraum, die geht einfach rein. Ja, hat ja was rein können. Ich hab nur zwei APL, kannst du dich heilen. Ja, kann ich. Wann war ist es vielleicht? Kann man Johanny da in die Mitte reinschmeißen? Kann man Johanny in die Mitte reinschmeißen? Wusste Johanny. Johanny lebt noch. Ja, ich bin hier. Oh shit. Wann war? Ja? Was ist mit hier? Wann war? Die Taube kam doch von da unten, wo Wann war herkam. Wann war? Wann war? Wann war? Eigentlich wollte ich... Aber irgendwie war es klar, dass Wann war ist. Ich weiß auch nicht warum. Ja klar nicht, aber es war schon die letzte. Ja, wir können die jetzt noch und dann werde ich RTV machen. Geht nicht mehr lange, also ich flieg glaube ich gleich vom Server. Also ich bin bei 21 Minuten. Nee, kannst du gleich nicht. Wow, ich bin der mein ich mit der besten Karma, das man je hatte. Bob drückt RTV. Oh, Andi, oh oh. Alter, was machst du, Fighter? Hey Johanny. RTL, oh mein Gott, wann war... War echt schlecht. Warte. Ich rotz euch gleich alles so weg. Toll. Alter, bist du gemein. Oh shit. Oh ne Lauschlaffel. Scheiß RTL. Ob noch einer RTV. Theoretisch jetzt, können wir das ja machen. Hallo Greer. Hallo Greer, Greer. Haben wir dann genügend Leute? Da bin ich verkehlt. Oh. Auf Facebook? Hm. Johanny. Es gibt ein Buch. Es gibt ein Buch. Es gibt ein Buch. Er ist geschossen. Johanny. 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 Oh, okay. Den hat er in der Zelle drin. Der hat ihn nicht geschossen. Genau. Den hat er echt nicht geschossen. Der Rete kann so überzeugen. Ja, ja. Weil der ist hier nicht eingeladen. Das ist eigentlich ein Backe, oder? Warum? Der ist hier gerade auf uns geschossen da vorne. Der ist hier auf jeden Fall nicht eingestragen. Das war irgendwo anders. Das war irgendwo anders. Uh, da muss es Wannva Goom oder Snae gewesen sein. Und was mit Wannva? Wann war das eh? Also ich war nicht. Einer von euch 300 im Fernsehen. Könnte es gewesen sein. Aber Wannva war direkt vor mir. Der war es nicht. Da war Snae. Nein. Der ist hier im Park gegenüber. Snae ist hundertprozentig gewesen. Weil Johanny und ich hatten ganz einen Blick und der Dete war im Raum. Ich glaube nicht, wo das war. Der hatte gar keinen Blick darauf. Genau. Und wie soll das sonst gewesen sein? Geht gar nicht. Ich würde dich jetzt gerne töten. Ich dich auch. Aber ich will kein Tee. Wow, Wannva. Ernst? Aber ich find Ex verdächtig. Ex funktioniert doch eh nie. Ich hab' den Reichtigen heute. Mein Spiel ist abgestürzt. Echt? Ich schon echt. Grafikkartentreiber aktualisieren. Krass. Äh genau. Hm? Ah! Nee! Ex. Denkst du immer noch, ich bin das? Ex. 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 Ich hab' aus dem Reich der Toten gesprochen. Ach so. Das macht gar kein Geräusch. Weg weg weg. Boom. Alles was, cool. Wir beenden mal die Sache, ja. Ja. Wow, 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 wow. Hm. Schade. Aber wenn... Hm? Oh stimmt, haben wir schon länger nicht mehr. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.